Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal und heute geht es um Matryoshka. Ja bei Matryoshka sind wir alle Sammler von Matryoshkas und wir gehen zu Tauschbörsen und versuchen uns so die wertvollste Sammlung an Matryoshkas zu ertauschen. Matryoshka ist ein Bluff und Handelsspiel vom Autor Sergio Halaban mit Illustrationen von Eduardo Behrer. Es ist für drei bis fünf Spiele ab acht Jahren, dauert circa 20 Minuten und ist bei White Goblin Games erschienen. In der kleinen Schachtel verstecken sich 70 Karten. Die Karten zeigen jeweils eine einzigartige Matryoshka aus einem der zehn Sets, die jeweils aus sieben unterschiedlichen Größen bestehen. Zur besseren Übersicht sind die Größen mit 1 bis 7 beziffert. Ziel des Spiels ist es, am Spielende die wertvollste Matryoshka-Sammlung zu besitzen. Gemessen wird dies in Punkten. Punkte gibt es für zusammenhängende Reihen eines Sets und für Gruppen gleicher Größe, also gleicher Zahl. Bei weniger als fünf Spielern werden einige Matryoshka-Sets aussortiert. Die übrigen Karten werden gemischt. Jeder Spieler hält zur Vorbereitung sechs Karten. Jetzt muss jeder zwei von seinen Handkarten in seine Auslage legen. Die Auslage dient zur Präsentation der eigenen Sammlung, kann aber auch dazu genutzt werden zu blöffen. Jetzt beginnt die erste von vier Runden. Zu Beginn jeder Runde zieht jeder Spieler zwei Karten und nimmt sie auf die Hand. Der Startspieler muss nun eine Karte aus seiner Hand in die Tischmitte legen und somit zum Tausch anbieten. Die Mitspieler legen verdeckt eine Karte aus ihrer Hand, die sie ihm zum Tausch anbieten. Der anbietende Spieler schaut sich in Ruhe die Angebote an und muss sich dann für einen Handel entscheiden. Danach ist der nächste Spieler an der Reihe, der wieder eine Karte von seiner Hand anbieten muss und von jedem Spieler verdeckt eine Tauschkarte vorgeschlagen bekommt. War jeder Spieler einmal mit dem offenen Anbieten dran, nehmen alle Spieler ihre Auslage zurück auf die Hand und legen nun von diesen vier Karten als neue Auslage vor sich ab. Das können dieselben Karten sein wie vorher, müssen es aber nicht. Jetzt beginnt eine neue Runde. Jeder zieht wieder zwei Karten und es beginnt wieder das Tauschen. Am Ende jeder neuen Runde legen die Spieler zwei Karten mehr in ihrer Auslage ab. Sie haben also stets sechs Karten auf der Hand, mit denen sie tauschen können. Am Spielende bildet jeder Spieler eine Auslage aus 13 Karten. Diese bringt jetzt Punkte. Matryoshkas mit der gleichen Ziffer sind eine Gruppe und punkten entsprechend der Übersicht. Hat man von einem Set eine aufsteigende Zahlenreihe, so punktet diese ebenfalls. Ist aber bei vielen Karten ein bisschen mehr wert als Gruppe gleicher Ziffer. Die Matryoshkas dürfen durchaus in mehreren Gruppen punkten. Wer am Ende die punktereichste Sammlung hat, gewinnt das Spiel. Matryoshka war ein Spiel, von dem wir eigentlich erstmal nichts erwartet haben und wo wir durchaus positiv überrascht waren, weil es einfach diesen Mechanismus hat. Einer bietet eine Karte und die anderen gucken sich das an, denken sich, passt es jetzt oder passt es nicht? Und vielleicht, es passt super bei mir rein. Was biete ich dem jetzt an, damit er unbedingt meine Karte nimmt? Der Mechanismus ist echt total witzig, weil man muss versuchen ein bisschen so einzuschätzen, was der sammelt, was kann ich dem anbieten und der, der dann die Karte geboten hat, wiederum, der kann sich dann aussuchen, welche er nimmt und das ist wirklich ein super Mechanismus, der uns total überzeugt hat. Und weil das Spiel so schnell geht, gerade mal so 20, 30 Minuten, haben wir das eigentlich jedes Mal mehrere Runden am Stück gespielt, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat und das ist wirklich eine super Sache. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist und wir haben es hier extra mal so aufgebaut. Diese Blautöne, man sieht, es sind eigentlich vier unterschiedliche Matryoshka-Sammlungen, aber diese Blautöne sind sich so ähnlich, dass man die dauernd verwechselt und auch jetzt diese Ränder außenrum, die ja auch eigentlich alle unterschiedlich sind, sind aber dann gerade bei den beiden finde ich wieder so ähnlich, dass man immer genau hingucken muss. Dann gibt es noch da oben zur Unterscheidung diese Symbole, aber die sind so klein geraten, dass man da wirklich ganz genau gucken muss und dann da in der Stelle passiert es tatsächlich häufiger, dass man aus Versehen eine falsche Karte nimmt, weil man denkt, ah, die passt super in meine Sammlung und erst hinterher feststellt, ach nee, das war der falsche Blauton. Das ist wirklich schade, das hätte man anders machen können. Aber das ist das Einzige, so vom Mechanismus her und so wirklich ein super Ding, eine kleine Sache, also ein kurzes Spiel, was aber wirklich knackig und witzig ist. Man kann ein bisschen bluffen, aber so viel falsch machen kann man auch nicht. Also es ist wirklich eine runde Sache. Das Einzige, was dann wieder ein bisschen schwierig ist, ist am Ende die Entwertung. Es ist ein super Beispiel in der Anleitung, man weiß auch, wie es geht, aber es ist einfach trotzdem immer ein bisschen schwierig zu zählen, weil man die dann so hinlegt, dass man alle von der gleichen Zahl untereinander legt, dann die einzelnen Reihen von den Farben noch so nebeneinander. Dann kann man hier Spalte für Spalte und Zeile für Zeile rechnen. Es gibt aber jetzt nichts zum Aufschreiben, keinen Block oder sowas, sodass man da häufig mal ein bisschen durcheinander kommt. Aber wenn dann alle gemeinsam die Sammlung von einem zählen, kommt man da auch durch. Da wäre vielleicht noch so ein kleiner Wertungsblock oder so schön gewesen, aber man kann sich ja auch selber notieren. Aber rein vom Mechanismus und vom Spiel selber hat es uns wirklich gut überzeugt. Ja, dann hoffen wir, wir konnten euch hier einen guten Eindruck in das Spiel bieten, wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Spiel doch mal!